hallo hier ist gabriel von sprachheld und in diesem video möchte ich darüber erzählen wie man vokabeln lernen kann ohne aktiv sie zu lernen ohne aktiv sie pauken zu müssen also mit ein mit karteikarten oder mit einem vokabel buch es gibt möglichkeiten vokabeln auch so zu lernen dass man das vermeiden kann und was es für methoden und strategien gibt darüber möchte ich in diesem video sprechen zunächst einmal vokabeln sollte man nicht isoliert lernen ganz klassisch kennen wir das aus der schule mit dem vokabel buch oder mit den karteikarten wo nur ein einziges wort draufsteht und auf der anderen seite oder in der anderen spalte steht die übersetzung dafür bei einfachen vokabeln wie tisch oder stuhl ist das noch in ordnung aber sobald es adjektive oder werben sind wie laufen oder schön oder groß wird das problematisch weil diese vokabeln isoliert nicht wirklich viel bedeuten man kann damit nichts anfangen und sie bleiben auch schlecht im kopf hängen deshalb ist es wichtig die vokabeln solche vokabeln immer im kontext zu lernen zum beispiel mit einem satz also wenn man mit karteikarten lernt auf der einen seite eben das wort dann ein beispiel satz darunter und dann auf der anderen seite genau das gleiche als übersetzung noch besser ist es mit ganzen sätzen zu lernen oder teilsätzen zu lernen also ich gehe laufen statt einfach nur laufen und so bleibt dass der satz besser hängen und man kann ihn auch gleich anwenden also man lernt im kontext und man hat gleich etwas was man anwenden kann nun möchte ich auf die drei typischen methoden oder die drei populärsten methoden kommen wie man eine fremdsprache lernt und wie man diesen drei methoden es vermeiden kann vokabeln aktiv zu lernen die erste methode ist die output methode das ist wo man einfach nur die sprache anwendet aktiv anwendet indem man sprache erzeugt also spricht oder schreibt das würde bedeuten dass ich statt einem vokabel zu lernen sie einfach sage oder sie schreibe und im zweiten kontext wenn ich mich mit einem muttersprachler unterhalte dann mache ich mir eine liste von vokabeln die ich gerne lernen würde und während ich mich unterhalte schaue ich immer wieder auf die liste runter und sage das wort dass ich gerade aktiv lerne und wenn ich das fünf mal in einer session mache und dann vielleicht am nächsten tag und am übernächsten tag wieder und wieder und das ein paar mal in der woche dann bleibt die vokabel hängen ohne dass ich sie aktiv lernen musste das bedeutet wieder wenn ich das wort das wort laufen lerne dann spreche ich mit meinem gesprächspartner über das thema laufen ich bin heute laufen gegangen gehst du gerne laufen ich laufe immer am liebsten morgens und wenn ich immer wieder dieses wort sage im gespräch dann bleibt es hängen ohne dass ich das wort aktiv lernen musste das gleiche gilt für texte also ich schreibe texte und unter verwendung von vokabeln die ich gerade lerne zum beispiel kannst du dir eine liste von zehn vokabeln machen die du an diesem einen tag lernst und diese zehn vokabeln musst du dann dementsprechend auch in einem text verbauen und musst oder dementsprechend auch im gespräch anwenden diese stetige anwendung sorgt dafür dass die vokabel hängen bleibt ohne dass ich sie aktiv lernen musste die zweite methode ist die input methode also das aufnehmen von inhalten das lesen und das hören von inhalten das heißt ich lese mir zum beispiel texte über das thema laufen durch oder ich schaue mir eine sendung über das thema laufen an und das ein paar mal verschiedene sendungen ich höre das wort laufen immer wieder in diesem kontext und natürlich andere vokabeln die mit diesem thema zu tun haben und so lerne ich kontextabhängig und nicht einfach zehn komplett verschiedene vokabeln sondern zehn vokabeln aus dem selben thema ich höre sie immer wieder in verschiedenen verschiedenen kontexten ich lese sie und wenn ich das regelmäßig ein paar tage mache dann bleiben die wörter auch besser hängen als wenn ich sie einfach nur stupide lerne aus dem vokabel buch und die dritte methode ist die übersetzungs methode mit dieser methode übersetze ich von der fremdsprache in meine sprache und wieder zurück und wenn ich immer wieder das wort hin und zurück übersetze in verschiedenen kontexten dann bleibt das wort hängen ohne dass ich es aktiv lernen musste und natürlich ist eine kombination möglich und je mehr kombiniert wird desto besser bleibt das wort hängen also wenn ich über das thema lese über das thema höre dann auch über das thema einen text schreibe und mich über das thema mit einem muttersprache unterhalte und dann vielleicht noch einen text übersetze und das eine woche während einer woche jeden tag ein bisschen dann bleibt das wort ganz sicher hängen ohne dass ich es aktiv lernen musste insgesamt zusammengefasst heißt es einfach nur das wort anzuwenden also wir lernen es in der schule und im sprachkurs dass man das wort die ganze zeit über wieder und wieder wiederholen muss bis es hängen bleibt ist natürlich eine möglichkeit ist schmerzvoll es ist schwierig sich das wort so zu merken weil es sich nirgendwo im kopf einprägen kann weil einfach das ganze nicht im kontext passiert und wir menschen lernen einfach kontext abhängig und themen abhängig und das heißt wenn ich also das wort die ganze zeit anwende in welcher form auch immer ob ich input mache ob ich viel aufnehmen ob ich spreche oder ob ich übersetze dann bleibt das wort hängen und das noch besser als wenn ich einfach nur stupide pauke also das heißt zusammengefasst ganz wichtig die vokabeln insgesamt anwenden das ist egal ob man aktiv vokabeln lernt oder nicht aktiv vokabeln die wörter anwenden ist die beste methode um sie sich zu merken und wenn man eben diese drei methoden die input output und übersetzungs methode benutzt oder eine davon oder eine kombination dann bleiben die wörter hängen ohne dass ich sie aktiv lernen musste